So, und damit gibt's heute dann die nächste, vielleicht schon letzte oder vorletzte Folge von dem aktuellen Format. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich's fortführen will. Die erste Folge kam eigentlich doch relativ gut an. Die Umfragen werden teilweise ein bisschen weniger beantwortet, was ein bisschen schade ist, aber wir schauen einfach mal. Genau. Ich erstmal noch eine Umfrage, die relativ viele Stimmen bekommen hat. Und zwar, was ist für dich der Hauptgrund, warum du noch in Klammern FLYF spielst? Und keine neueren MMORPGs. Ich konnte halt leider nur ein paar Gründe angeben, beziehungsweise, ja, man kann leider auch nur einen Grund auswählen, was jetzt schon problematisch ist, sag ich jetzt mal. Aber gut, da das Ergebnis sowas von eindeutig war, ja, 69% sagen Nostalgie. Also, keiner spielt's, was geil ist. Es ist jetzt eigentlich nur, so jeder spielt's halt, was er schon immer gespielt hat und, ähm, also es bleibt zu bis jetzt. Ja, es ist echt krass. Also, ich hab's vermutet, dass es, ähm, so in die 30, 40, vielleicht 50% dran geht. Aber 69%, ähm, also ein Freund von mir hat mir noch einen Screenshot geschickt, wo er abgestimmt hat, der nicht mal FLYF spielt. Und zwar ist der vorletzte Punkt, ähm, das ausgearbeitete und umfangreiche Equipment-System, ähm, heißt quasi, kein einziger hat diesen Punkt ausgewählt. Ähm, find ich krass, find ich sehr krass irgendwie. Also, ich muss immer dazu sagen, so, ich hab ja auch schon so ein paar, äh, RPGs und MMORPGs gezockt und so, Singleplayer, Multiplayer, Coop, je nachdem. Ähm, FLYF war, glaube ich, von allen Games, die ich gezockt hab, mit Abstand, mit verdammt großem Abstand, das, äh, Game, ähm, dessen Equipment-System wirklich am besten ausgearbeitet war. Ich mein, schade euch irgendwie, äh, Herr der Ringe, äh, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, sorry, 15 Jahre zu spät, ähm, hier der, der Skyrim-Nachfolger, der, ähm, Mensch, wie heißt es denn? Ähm, eh so, Elder Scrolls Online, genau, Destiny, ähm, Elder Scrolls Online, ich mein, ich hab's jetzt natürlich nicht bis zum Ende gezockt und, äh, seitdem sind auch schon wieder 500 Updates erschienen und so, aber, was man heißt an Equipment macht, ist wirklich, ähm, naja, das Equipment-System ist nicht so ähnlich ausgebaut. Ähm, unter dem wir Diablo 3, ist auch ein krasses Game, aber Equipment-System, ähm, kommt an FLYF nicht ran. Und ich mein, wir reden ja von einem Triple-A-Game und FLYF ist ein, weiß ich nicht, ähm, nicht so krass. Ähm, was haben wir noch alles, was haben wir, was haben wir, was haben wir, ähm, Black Desert hab ich, glaub ich, zu wenig gespielt, aber es soll auch nicht so krass sein vom Equipment-System her. World of Warcraft, kann ich nicht sagen, ist ein krasses Game, gibt's ja schon genauso lang. Ähm, könnt ihr immer einen Kommentar schreiben, ich bin mir sicher, irgendwer zockt das auch nicht glaubt, da geht's schon auch so in die Richtung, ähm, ob's krasser ist oder weniger krass, weiß ich nicht. Aber muss man dazu sagen, so, so, also, allein FLYF ist halt mal so, ich rede jetzt nicht nur von der Auswahl, sondern auch so, was kannst du machen? Du kannst mit Oris die Dinge appen, du kannst es sockeln, du kannst es erwecken, dann gibt's ein Ulti-Upgrade, dann gibt's ein Baruna-Upgrade, dann, äh, gibt's die Rüstungen, die kannst du eben auch appen und sockeln und erwecken. Ähm, ja, dann hast du noch das Set-System und so, also, allein mal so diese, diese vier Komponenten, es sind halt schon mal, also das haben ja gar nicht mal so viele, ich mein, jedes Game hat irgendein Set. Aber welches Spiel hat Erweckungen? Minecraft, gut. Ähm, aber welches MMORPG hat Erweckungen oder so? Also, man kann einfach super viel Zeit mit seinem Equipment oder für sein Equipment, äh, verbringen oder verschwenden, je nachdem. Ähm, und ich merke es auch immer wieder, wenn ich die Videos schneide, aktuell zum Beispiel gerade die CWF-Live-Videos, es ist echt übel, es ist richtig übel, wie viele Folgen, die ich dabei habe, wo ich einfach nur ein Flaschen-Equipment mache. Und ich finde das einfach geil irgendwie. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass kein einziger ernsthaft abgestimmt hat mit dem Equipment-System. Keiner von 60 Stimmen, von 59 Stimmen sagt so, ja, Equipment-System, deswegen zocke ich's. Es ist, es ist echt schade irgendwie, also, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht wiegt die Nostilgie halt einfach höher. Ja, kann sein, also, wenn es ja mehr Gründe zum Auswählen gegeben hätte, wäre es vielleicht, also, wenn mehrfach Auswahl erlaubt gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, vielleicht anders ausgegangen, aber ja. Gut, man muss natürlich auch sagen, alle Gründe, das heißt theoretisch 10%, also 6 Stimmen, sagen, das Equipment-System ist auch ein großer Grund dafür. Ähm, trotzdem muss ich aber auch sagen, ähm, eigentlich, eigentlich ist es krass, dass nur 10% sagen, ja, es ist Nostalgie, ähm, ich finde es immer noch das beste MMORPG. Äh, der lineare Grind ist einfach cooler. Und das Equipment-System gefällt mir, dass es halt eigentlich auch nur 10% sagen. Also, auch da hätte ich mir eigentlich so gedacht, also, am Anfang dachte ich mir, okay, es wird wahrscheinlich jeder alle Gründe auswählen und diese Option war wahrscheinlich richtig dumm. Aber, es war das komplette Gegenteil dafür, weil ich dachte mir halt wirklich, deswegen zocken die Leute halt, also, aber ja, krass. Dann können wir zur nächsten Umfrage, ähm, was ist dir auf PS-Server am wichtigsten? Äh, dass das Server offinar ist oder viel Custom hat oder möglichst viel Content, aber halt wenig Custom, also wenig Schnickschnack. Ähm, ist es vielleicht ein bisschen blöd formuliert gewesen, gebe ich zu. Ähm, viel Custom, meine ich, halt eben auch so viel Custom-Schnickschnack, halt irgendwelche, was weiß ich, Farm-Maps, äh, irgendwie, man startet halt nicht mit einem Wooden-Sort, man startet halt mit einem, mit einem Regenschirm oder irgend so ein Zeug. Ähm, ja, äh, was soll man so sagen? Die, äh, die, die, die Abstimmung ist ausgeglichen, würde ich mal sagen, sehr ausgeglichen. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, man kann sagen, es gibt nicht wirklich viel, was man draußen mitnehmen kann, man kann, außer dass halt eben weniger als ein Fünftel sagt, einen Offi-NAS-Server, also so einen Offi-Fly-P-Server, ähm, hätte ich Bock drauf. Ähm, ich glaube, das kann man, kann man sagen, okay, es hat nur ein Fünftel oder ein Sechstel ungefähr, ähm, die darauf Bock hätten. Muss ich sagen, ja, habe ich so erwartet, aber, ja, geht so. Ähm, klar, viel Custom ist natürlich beliebt, man will natürlich viel zu tun haben und so, man will nicht einfach nach, was soll ich, eineinhalb Wochen will fertig sein. Ähm, deswegen macht es Sinn. Ähm. Ich bin gerade die ganze Zeit im Überlegen. Wait. YouTube hat doch schon wieder irgendwas verkackt, oder? YouTube hat irgendwas verkackt. Wir haben hier 45, 55, 63 Prozent. Bin ich blöd oder was? Kurz aktualisieren. Ach, lol. What the fuck? Ey, YouTube. Come on, Alter, ist es, Wahnsinn, okay. Gut, da ist der Rest, da sind die restlichen 38 Prozent. Geht das überhaupt auf? Zwei, vier. Sag mal, äh, äh, acht, sechzehn. Hä? Das geht aber auch nicht auf. Okay, also, vielleicht sind es einfach irgendwelche Rundungsfehler, die hier sind, ich weiß es nicht, aber, ähm, also, acht plus acht plus vier plus eins ist auf alle Fälle 21. Ähm. Also, wir haben 101 Prozent. Naja. Okay. Wie dem auch sein. Auf jeden Fall, Quality of Life ist dem meisten dann scheinbar doch wichtig. Ähm. Mir ist es gerade jetzt aufgefallen, sorry dafür. Ähm, 38 Prozent. Das heißt, man könnte dann theoretisch so ein bisschen was kombinieren. Ähm, vielleicht Quality of Life und ein Offinar-Server, vielleicht mit diesen zwei Punkten. Ich weiß, funktioniert natürlich jetzt nicht ganz so, aber, ähm, dass man sagt, so, okay, gut, dann catcht man irgendwie so 50 Prozent, so roundabout. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt halt irgendwie, äh, auf Quality of Life geht und wirklich viel Content und viel Custom-Content und so, dann glaube ich, hat man halt echt schon, ähm, ja, glaube ich, einen besseren Karten auf alle Fälle. So, dann habe ich immer noch die letzte Umfrage, die leider sehr schlecht oder wohl leider sehr wenige geantwortet haben. Ähm, spielst du auch andere MMORPGs neben Vlife? Ähm, spielst du in den Kommentaren, bla bla bla. Nur Vlife sagen 69 Prozent, auch andere 31 Prozent. Eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe. Ähm, Tarisland und Throne and Liberty. Ähm, letzteres, glaube ich, ist relativ neu. Ich muss sagen, ich habe beide schon mal gehört. Ähm, habe noch keins davon gezockt und mir den angeschaut. Das Ding, glaube ich, habe ich auf Steam gesehen. Tarisland ist, glaube ich, auch ein bisschen älter. Oder Tarisland, lass ich mir mal kurz nachschauen. Tarisland. Kostenlos. Oh, Oktober 2024. Hoppla. Ähm. Okay, sieht krass aus. Das ist natürlich jetzt ein sehr modernes MMORPG. Keine Nutzerrezensionen. Ich kenne den Namen irgendwoher. Ich weiß allerdings nicht, wo ich es gesehen oder gehört habe. Irgendwoher kenne ich das. Vielleicht habe ich den Channel auf YouTube abonniert. Vom Entwickler oder so. Sieht heftig aus auf alle Fälle. Aber es ist irgendwie. Ah, wait, warte mal. Man kann es nicht spielen. Oder? Kostenlos. Hä? Okay. Ähm. Ja, eigenartig. Ich meine, es sieht auf alle Fälle... Wow, sieht krass aus. Sieht krass. Sieht echt krass aus. Heftig. Okay. Okay. Okay, Skillsystem. Ja, okay. Ist natürlich schon was anderes. Also da ist ein bisschen was anderes als FLYV. Aber klar, es ist schon ein bisschen... Es ist mehr so WoW, würde ich sagen. Es erinnert an WoW. Das sind einfach viele Leute, viele... Ja, so eine... Also es sieht sehr beladen aus, sagen wir mal so. Ähm, es ist nicht dieses simple Game wie FLYV, wo du halt irgendwie so ganz in Ruhe dein Ding machst, so du grindest, so ja, gehst du mit zwei, drei Charakteren halt in Dungeon rein und so. Das ist es halt nicht, glaube ich. Ähm. Und das muss man natürlich erst mal mögen. Aber, kann ich verstehen. Und, ja. Keiner braucht MO, Coop und Single Blast sind der heiße Scheiß. Ja, ist auch was dran. Aber, ich meine, man braucht auch ein bisschen Abwechslung. Okay, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.